Hallo ihr Lieben, hier ist eure Sabrina Stern und ihr seht eine weitere Folge meines Klopp-Blogs. Und heute passend zum super sommerlichen Wetter habe ich gedacht, ich stelle euch ein weiteres paar luftiger Sommerklotschen vor und zwar von der Firma Dr. Scholl. Die erkennt das natürlich schon an der Schnalle. Es ist ein etwas älteres Modell von den Pescura Heels. Sie haben so einen kleinen Absatz. Das heißt aber nicht, dass ich sie aufgrund ihres Alters weniger gerne trage. Ganz im Gegenteil, ich mag sie unheimlich gerne tragen. Denn ihr wisst das, die sind unheimlich bequem aufgrund ihres ergonomischen Fußbettes und super luftig. Kleppern auch so ein bisschen, wenn man läuft. Kann man das hören? Hört man das? Auf jeden Fall finde ich die einfach nur total cool und es ist irgendwie was besonderes. Sie sind absolut zeitlos, wie ich finde. Und farblich passend zu meinem Kleid. Und man kann schnell raus schlüpfen aus den Schuhen und wieder rein schlüpfen. Man schwitzt durch die Holzsohle, schwitzt man auch nicht in den Füßen. Und wisst ihr, was für mich das persönliche Highlight an den Glocks ist? Pass auf! Sie passen farblich perfekt zu meinen Krücken. Und das sieht auf Fotos immer ziemlich cool aus. Also, ich hoffe, euch gefallen diese Lieblingsklotschen genauso gut wie mir und ihr genießt den Sommer und habt viel Freude mit euren Dr. Scholl Pescura Geeklocks. Also, bis zum nächsten Glockblock. Eure Sabrina Stern. Tschüss!